Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3, weiter mit meiner Wenigkeit Labor. Der letzte Mal haben wir da den Typen gekillt, Alter. So ein Auftragsmörder hat die Mafia beauftragt, um mich zu töten. Ja, da wurde nichts draus. Mal was anderes. Warum teilst du da drüben? Er schießt ihn abendlich. Ich werde gegen jeden Funken leben aus dir raus. Wichser, lass das. Und keine. Steig jetzt ein. Was soll denn das? Wie verdient Chester Moroze ein Gap? Ich kann dir nichts sagen, wenn ich putze. Wer zum Geier kommt dafür auf? Kroppen, lass mich aussteigen. Nö. Nein. Meine AK guckt vorne durch die Vintage-Scheibe. Sehr lustig. Das geht ja wieder zurück. Sollten wir vielleicht ins Bein schießen. Vielleicht hört er dann. Na schön. Scheiß drauf. Bring dich eben um. Mir doch egal. Rede mit mir, Arschloch. Okay. Okay, wir fahren einfach. Das ist, glaube ich, am besten. Meine Eltern haben mich auf den Kopf fallen lassen. Ich habe ein Scheiß-Gedächtnis. Rede, verlaupte Köcke. Mr. Moroze lässt einige unserer Jungs der Southern Union einen Job erledigen. Dickes Ding. Geheim. Du solltest dir einen neuen Job suchen. Tschüss. Okay, haben wir. Dann sollten wir jetzt hier die ganzen Gebiete haben. Jawohl. Warum soll ich denn jetzt da hinfahren, wenn hier oben das ist? Ich bin der Mann mit der AK. So, das Problem ist, dass wir nur noch AK-Munitionen haben, aber ich werde es trotzdem machen. So viel können da auch nicht sein, Leute. Mal ganz ehrlich. Ich bin der Mann mit der AK-Munitionen. Ich komme nicht weg. Wir fallen auf dem Hof mit. Ach, dieses Arschloch. Alle fertig. Aufgeräumt. Ich sehe ihn. Schluss mit den Spielchen. Lauf zum Telefon. Ich habe das Super-Mach-Mach-Mach-Mach-Mach-Mach-Mach-Mach-Mach-Mach. Ich habe dieses Arschloch und seine Spielchen. Ja. 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 Ist jetzt Ruhe hier. Warum kommt Verstärkung? Gib mir das gute Stück. Hier gehört euch, Jungs. Zeit zu spielen. Das Arschloch. Ich bräuchte mal AK-Munitionen. Das wäre mal ziemlich hilfreich. Komm, zeig dich. Hallo. Ey, verballern nicht die ganze Munition. Ich brauche die. Der schießt denn hier wie so ein geisteskrankes I-Männchen. Hallo. Ach, guck mal da oben. Ja, da kommen wir mal mehr. Ich verpiss mich. Priss. Ihr seid auch blöd. Seid ihr doch. Wir machen kaum Geld. Also unsere ganzen Sachen kosten uns mehr Geld als alles andere. Der Weg ist ein bisschen kürzer. So, und weg hier. Das finde ich nicht so klasse, dass wir wirklich mehr Kohle für Westen und etc. gerade ausgeben, als wir überhaupt einnehmen. Ich wollte ja eigentlich noch die Waffen alle verbessern und so. Aber gut, was sollst du. Ich werde mich jetzt erstmal hier hinstellen. Mal gerade aussteigen. Holen uns mal gerade hier. Ich bin in Frisco und könnte Nachschub gebrauchen. Ich mache mich schon auf den Weg zu dir. Ja, mach du dich auch dann weg zu mir. Das freut mich, dass du dich auch dann weg zu mir machst. So, mach dir auf. Ich zeig, was du auf Lager hast. Ich brauche Monition. Ich brauche Anrealin spritzen. Und ich brauche Schusssicherheit. Was ist das eigentlich schon? Schuss. Ja, ja, nächstes Jahr. 11.000 nur noch. Und weiter geht's. Es sind immer nobler irgendwie die Gegenden, ne? Wir sind angefangen da im Schlamm rumzukräuchen. Jetzt sind wir schon in einer Großstadt. Ich habe gerade die alte Schutzsicht genommen. Ich mache es kurz. Ich brauche... Er hat gesagt, er macht es kurz. Er hat einen entdeckt, Jungs. Er ist fertig. Ich gehe in Deckung. Du bist tot und du merkst es nicht. Du bist tot und du merkst es nicht, Mutti. Ich brauche Geld. Das ist eigentlich wichtiger als alles andere gerade hier. Komm, zeig dich. Umgefallen wie... Wie ein nasser Sack. Schießt du denn hin? Hallo, ich bin hier. Da muss der irgendwo sein. Was bist du denn? Komm, zeig dich. Ich mache ihn alle. Alles klar. Ein bisschen Geld, ein bisschen Munition. Oh. Den da. Oder den da. Den da. Nein, wir nehmen den da. Der sieht schick aus. Einsteigen. So. Jetzt sollen wir direkt da hin. Nein. Man macht doch eigentlich erst die Nebensachen. Wir müssen da hin. Dankeschön. Wollte doch gerade sagen. Eigentlich macht man doch erst die Nebensachen, um... ...die zu schwächen. Also ich kann ja nicht gleich zu den Großen fahren. Dann haben wir da eine Massenauflauf. Das ist ja der... Ekelig dann. Ekelig ist das dann. Jetzt haben wir auch ein schön, schönes Auto. Weil die Wege sind ja schon ziemlich weit. Die wir jetzt hier... ...fahren müssen. Ach komm, scheiße einen rauf. So. Fang, los. Hey, ich mach dich. Im Formant entkommen. Oh Gott. Oh Gott. Hätst mal lieber den Kopf unten gelassen. Um ihn rum, wo er dich nicht zieht. Ich verstecke mich. Oh. Fuck, Mann. Schaff mir dieses Rass noch vom Hals. Mich hat's erwischt. Hier drüben. Ach, Scheiße. So. Haben wir ihn. Wenn du weiterleben willst, erzählst du mir alles über Chesters Geschäfte. Der Bill Air Supermarkt. Da geht nach Geschäftsschluss etwas vor. Was auch immer es ist, Mr. Moreau versucht es geheim zu halten. Dein Arsch gehört jetzt mir. Wir sind weg. Wir sind weg. Jawohl. Okay. Wir bleiben ganz ruhig. Jetzt fahren wir erst daheim, bitte. Ja, jetzt erstmal wieder was leichtes machen. Suchen die uns jetzt oder suchen die uns jetzt nicht? Kommen wir wieder ein Stück zurück, lieber. Haben wir jemanden, der die Bollen in Frisco Fields zurückpfeifen kann? Verstehen. Alles klar, haben wir. Gehen wir jetzt hier rein. Lange nicht gesehen, ne? Gut. Ja. Hey. Lange nicht. Okay, einen haben wir noch. Das war es, mein Freund. Ich stecke gar nichts ganz schön in der... Okay, irgendwann war hier noch so ein Tool. Müssen wir hier rein? Nee. Da oben drauf. Ach nee, da. Ja, da haben wir es doch. Dankeschön. Ja, aber das war es jetzt hier schon wieder. Nicht so viel an Money, 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 Money. Aber jetzt brauche ich Geld. Aber gut. Was soll es, Leute? Ändern können wir es nicht. Was nicht da ist, ist nicht da. So. Dann haben wir noch da einen Totenkopf. Und dann gehen wir nämlich erst zu den großen Aufgaben. Weil uns zur Zeit die Kohle ausgeht, muss ich mir hier die Erste-Hilfe-Packs holen. Tag, Dankeschön. Mach auf die Scheiße. Ich habe das doch gerade hier gesehen. Das hat doch geleuchtet. Wo wir hier lang gegangen sind. Äh, lang gefahren. Ist ja auch egal, aber das muss doch hier sein. Hier lang, da lang. Sag, na, andere Alin-Spritze. Dankeschön. So. Kann nicht sein hier. Äh, scheiße. Wo ist mein Auto? Auto? Da. So. Weiter geht's. Was macht man nicht? Ein Burnie? Boah. Boah. Das macht man nicht. Ich sag dann auch schon wieder, vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.